Das Verhängnis. Sie war noch jung, sie war hübsch und trall, gesund und froh. Nun gut, aber irgendein Hacken wird dabei sein, sonst wäre ja keine Geschichte daraus geworden. Wollan. Sie war in fester Stellung bei den Damen ihrer Kundschaft sehr beliebt, sie hatte auch Freude an ihrer Tätigkeit, der sie in modernen, hellen und gelüfteten, weißgekachelten Räumen nachging. Nun ja, aber wir wissen doch. Sie lernte einen jungen Mann kennen, er war ein netter Bursche, ein wohl anständiger Kerl, ebenfalls fix angestellt. Die beiden hatten einander erst zwei oder dreimal in einem Parke getroffen. Aha. Beim dritten Male fragte er sie anteilnehmend, welchen Beruf sie denn ausübe. Ich bin Toilettenfrau, sagte sie, blickte durch einige Sekunden verzweifelt vor sich hin und fügte gleichsam entschuldigend hinzu am Hauptbahnhofe. Das geht nicht, sagte er und verließ sie zur selben Stunde.